Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, von Zeit zu Zeit entdecke ich auch immer wieder neue Funktionen in Excel, die ich so noch nie benutzt habe und die ich auch ganz gerne mit euch teilen möchte. Und zwar heute geht es um folgendes, und zwar um diesen Reiter Daten, und zwar um diese Datentypen. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, vielleicht habt ihr die schon mal verwendet. Ich persönlich habe sie noch nie verwendet davor und war ganz interessiert, was man damit machen kann, und das möchte ich jetzt mal zeigen. Also, ich habe hier schon was vorbereitet, ich habe eine Länderliste quasi, ich habe ein Land als Überschrift hier, und habe hier entsprechend verschiedene Länder abgetragen. Also einfach mal Deutschland, Frankreich, USA, Luxemburg, Österreich. Und man kann das natürlich beliebig erweitern. So, und was ich jetzt mache zunächst mal, ist, ich markiere den Bereich so, und transformiere das in eine Tabelle. Also seht ihr auch hier, Tabelle erstellen, ja, und ich sage auch, die Tabelle hat Überschriften, also den Haken setzen, weil Land an sich ja nochmal kein Land ist. Ich klicke auf OK. So, und jetzt haben wir auch unser Land hier, und Überschrift, und haben entsprechend die einzelnen Länder abgetragen. So, als Tabelle. Jetzt gehe ich nochmal in Daten rein, hier, und markiere einfach mal etwas davon. Zum Beispiel in dem Fall, weil es ja eine Geografie ist, nämlich das Feld Geografie. Ich klicke mal da drauf, und ihr seht dann gleich, was passiert. Also, jetzt haben wir hier eben so ein kleines Symbol dazu, und entsprechend hier Germany, France, United States, Luxemburg, and Austria. Also, letztendlich wurden die Länder jetzt transformiert in die englischsprachigen Länder. Ja, weil zumindest bei mir ist das so, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich anderes, aber bei mir ist das so, dass automatisch das hier auf Basis einer englischen Wikipedia-Seite, glaube ich, dann tatsächlich die Daten gezogen werden. Weil, was können wir jetzt tun? Also, wir können jetzt auf dieses kleine Plus-Symbol hier klicken, und haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge hinzuzufügen. Zum Beispiel die Länderabkürzung als Abbreviation, oder die Area, also wie groß ist das Land von der Fläche her, und andere Sachen, ja. Und wenn ihr mal nach unten scrollt, entsprechend seht ihr, was hier alles möglich ist, ja, an, letztendlich an, ja, Faktoren, die da drin sind. Also, das heißt, ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich möchte mal den Area-Code, also, beziehungsweise die Area an sich, also die Fläche des Landes hier, ich klicke mal da drauf, und sehe jetzt entsprechend, okay, Deutschland wären jetzt 357.022 Quadratkilometer, sind das wahrscheinlich, ja. Entsprechend hier und so weiter sieht man das eben für die anderen Länder auch, ja. Und dann klicken wir einfach auf das Nächste, und genau deswegen habe ich auch jetzt die Tabelle formatiert, das macht das Ganze viel angenehmer, quasi das hinzuzufügen. Könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, wie ist denn dann vielleicht der Currency-Code, ja, also die Währung. Und dann sehe ich hier entsprechend, okay, Euro, Euro, und für die United States entsprechend die Dollar, und entsprechend für Luxemburg und Austria ebenfalls, also im europäischen Währungsraum, deswegen auch hier der Euro als Währung. Und mal schauen, was gibt es denn noch so Interessantes, könnte mal schauen, die Forest, Forest Area, also wie viel ist Waldfläche, ist vielleicht noch ganz interessant, GDP hätten wir hier noch, also Cross-Domestic-Product, das heißt das Bruttoinlandsprodukt hier entsprechend. Okay, das ist eine große Zahl, wenn ich mal doppelklick, sehen wir hier entsprechend, was für Werte jetzt hier angezeigt werden, ja, entsprechend hier. Und USA ist da ziemlich weit vorne natürlich, mit großem Abstand, aber auch so Deutschland ist ja hier auch noch ganz ziemlich weit oben dabei, ja, entsprechend. Also so kann man sich entsprechend diese ganzen Felder hier reinziehen, und entsprechend dann diese Informationen mit anzeigen lassen, ja. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge davon, was man hier letztendlich finden kann, was vielleicht interessant ist, hier Life Expectancy, also wie lange durchschnittliche Lebenserwartung, Minimum Wage und so weiter, ja, so verschiedene Sachen. Wie gesagt, ich möchte hier einfach nur mal sagen, probiert das Ganze mal aus. Soweit ich weiß, sind das alles Quellen, die aus Wikipedia und anderen öffentlichen Zugängen kommen. Könnt ihr mal prüfen, ob da was Interessantes für euch dabei ist. Wie gesagt, automatisch funktioniert es für mich zumindest hier nur für, also ihr seht ja auch, das wurde entsprechend in Englisch konvertiert, das heißt entsprechend so wird es konvertiert, entsprechend funktioniert das auch. Aber wie gesagt, man kommt diese ganzen Werte zurück, und vielleicht braucht ihr die Werte irgendwo, und könnt die dann so ganz einfach in Excel reinziehen, anstatt dass ihr euch das ja umständlich über irgendwelche anderen Quellen händisch und mühselig reinkopiert, okay? Gut, das war's für das Video. Wie gesagt, ist was Neues für mich, ich hab's so noch nie benutzt, ich hab's gesehen, deswegen wollte ich das mal vorstellen, und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen oder die ein oder andere interessant. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet, wünsche euch noch eine schöne Restwoche, und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!